Hallo, in diesem Tutorial Video möchte ich euch zeigen, wie man mit den neuartigen Exportfunktionen im Songs-to-See-Editor aus beliebigen Liedern einzelne Instrumente entweder rauslöschen oder freistellen kann. Alles was wir dafür brauchen ist unser Audio-Import-Assistent, mit dem ich jetzt hier zum Beispiel mal ein kleines Musikstück reinlade, was so klingt und für dieses Video gehen wir mal davon aus, dass wir vor allen Dingen an dem Bass interessiert sind, d.h. wir führen jetzt nur eine Bass-Notentranskription durch, die uns dann gleich dieses Ergebnis liefert. Als allererstes empfiehlt es sich, den Quantisierungsprozess durchzuführen. Dadurch werden die Noten dann sehr schön in das rhythmische Raster eingefügt und man erhält gleich ein sehr sauberes Notenblatt. Die neuartigen Exportfunktionen, mit denen man einzelne Instrumente isolieren kann, verstecken sich hier im Exportieren-Menü. Und wie man sieht, können wir entweder den Gesang, das Schlagzeug, den Bass oder alle anderen Instrumente rausziehen aus dem Song oder umgekehrt freistellen. Und jetzt machen wir das dann einfach mal für den Bass. Es ist wirklich super einfach. Wir müssen nur einen Dateinamen auswählen, den wir dafür benutzen möchten. Wir müssen jetzt mal Bass. Jetzt startet der Algorithmus mit künstlicher Intelligenz, der eben berechnet, welche Klanganteile nur zum Bass gehören. Und nachdem der fertig ist, können wir auch das Gegenteil machen, nämlich den Bass entfernen und alle anderen Instrumente beibehalten. Wir nennen das jetzt einfach mal Andere, der Einfachkeit halber. Und es startet wieder dieser KI-Algorithmus, der berechnet, welche Klanganteile dem Bass zuzuschlagen sind und welche den anderen Instrumenten. Sobald das jetzt fertig ist, können wir die eben exportierten Dateien benutzen, um in unseren Game-Export-Einstellungen spezifische Audiodateien für das Solo und den Hintergrund zu verwenden. Und hier hat man ja gesagt, wir sind an Bass interessiert, deswegen nutzen wir den Bass-Sound für das Solo und alle anderen Instrumente für den Background. Wir können natürlich jetzt auch noch einen Schwierigkeitsgrad angeben und alles, was noch zu tun bleibt, ist das Ganze für das Songs-to-See-Game abzuspeichern. Dafür geben wir jetzt einfach einen Namen, der uns gefällt. Können wir zum Beispiel auch Bass Practice nennen. Und jetzt wurde es exportiert. Jetzt können wir ganz einfach ins Songs-to-See-Game rüber wechseln und das eben abgespeicherte Lied reinladen. Und dann steht mir sofort zur Verfügung, dass ich entweder nur den Bass anhören kann oder nur die Begleitung. Und das ist natürlich besonders nützlich, wenn ich zu dem Song mit meinem eigenen Instrument dazuspielen möchte. So viel zu unseren neuen Exportfunktionen im Songs-to-See-Editor und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann stellt sie uns doch einfach in den Kommentaren unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal! 0 Jaak Tänke 0 Jaak Tänke 0 Jaaks 0 Jaak Tänke Jaak Tänke 0 0 Jaak ich 1 So 10 1 0 0 Vielen Dank.